Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die ganze Szene rund ums Manifestieren spricht immer von so vielen verschiedenen Dingen, die es braucht, um deinen Wunsch Realität werden zu lassen. Du musst dich so fühlen, so und so fühlen, diese Gefühle in dir wachrufen. Du musst auf irgendeiner Frequenz schwingen, irgendwelche Energien freisetzen. Und was dort bei all diesen Tipps, die sicherlich gut gemeint sind, außer Acht gelassen wird, ist eine entscheidende Sache. Und unter meinem letzten Video hat jemand kommentiert, dass ich das falsche Wording benutze, dass ich die falschen Worte benutze, dass es nicht heißen sollte innerer Mensch, sondern inneres Sein. In meinem letzten Video habe ich über den Unterschied vom Äußeren zum Inneren Menschen gesprochen und wie die Erkenntnis über diesen Unterschied dieser zwei Wesen in uns uns helfen kann, bewusst und leicht zu manifestieren. Und dieser Kommentar, dass ich das falsche Wording nutze, dass ich nicht sagen sollte innerer Mensch, sondern inneres Sein, macht genau das deutlich, was ich in diesem Video aufzeigen möchte. Macht genau diese Verwirrung deutlich und diese Entmächtigung meiner selbst, die dazu führt, dass ich meine Ziele nicht erreiche. Dass ich nicht bedingungslos manifestiere, was auch immer ich manifestieren möchte. Denn hinter all diesen Gedanken, wir müssen uns so und so fühlen, wir müssen diese Energien freisetzen, auf dieser Frequenz schwingen, dann und nur dann werden wir unser Ziel erreichen, steckt doch die tiefe Überzeugung, dass mein Bewusstsein etwas ist, was mir untergeordnet ist, etwas ist, was viel schwächer und unintelligenter ist als ich, Daniel, an der Oberfläche, so dass ich da gewisse Manipulationen betreiben müsste, um meinem Bewusstsein klarzumachen, was ich denn erreichen will. Ich muss mich jetzt gut fühlen, ich muss jetzt positiv denken, damit mein dummes Bewusstsein auch weiß, was ich denn, ich schlaues Wesen möchte und es dann gefälligst in meine Welt bringt. Das ist dieser Gedanke, diese Überzeugung, die da mitschwingt, hinter all diesen Techniken, Methoden und diesem Glauben, ich müsste da irgendetwas, ja meinem Bewusstsein irgendetwas erklären. Aber, und das ist jetzt der Unterschied und darum spreche ich nicht vom inneren Sein, sondern vom inneren Menschen, dein Bewusstsein, Gott in dir, deine Vorstellungskraft ist keine Fakultät deines inneren Seins, nein, es ist ein Wesen. Vorstellungskraft ist ein Wesen, ein Wesen, ein bewusstes Wesen. Ich betrachte mein Bewusstsein als ein Wesen und nicht als irgendetwas Schemenhaftes, zu dem ich nur über Emotionen, Frequenzen und Energien kommunizieren kann und Zugang erhalte. Nein, es ist ein Wesen, ein Wesen, welches mich hört, welches mich versteht, welches mich sieht, welches mich wahrnimmt und welches mit mir kommuniziert, zum Beispiel, indem es Wünsche an mich schickt, also Erfahrungen, die es machen will, mir rüberschickt, mir an die Oberfläche schickt, in Form von Wünschen, weil das dann Erfahrungen sind, die ich machen will. Und mein Bewusstsein will diese Erfahrungen durch mich als Mensch in dieser Welt aus meiner Wahrnehmung machen. Darum schickt es mir Wünsche. Es ist ein Wesen. Es ist nichts, dem ich erklären müsste durch Gefühle und durch irgendwelche subtilen Geschichten, was ich denn erfahren will. Ach, nur wenn ich mich gut fühle, dann kommt auch etwas in meine Welt, das mich gut fühlen lässt. Nein, es ist ein Wesen. Es versteht dich. Und darum funktioniert das Manifestieren auch so, wie ich es auf diesem Kanal vermittle. Nämlich, dass ich imaginativ in meiner Vorstellung etwas erfahren kann, das ich nur erfahren würde, wenn mein Wunsch erfüllt wäre. Also, wenn mir ein guter Freund gratuliert zu meiner Wunscherfüllung, naja, das ist ja etwas, das würde ich ja nur erfahren, wenn mein Wunsch erfüllt ist. Sonst würde er mir ja nicht zur Wunscherfüllung gratulieren. Wenn ich jetzt also in meiner Vorstellung erfahre, diese Gratulation, zum Beispiel, indem ich die Stimme eines Freundes höre, wie er mir gratuliert, dann macht dieses Wesen, dieser innere Mensch, nicht innere Sein, das ist nichts Schwammiges, Schemenhaftes, nein, dieser innere Mensch macht in dem Moment die Erfahrung, dass ihm gratuliert wird. Wozu? Zur Wunscherfüllung. Das heißt, es macht in dem Moment die Erfahrung, dieser innere Mensch macht in dem Moment die Erfahrung, dass der Wunsch erfüllt ist. Und, wenn mein letztes Video geschaut hat, die Erfahrung, die der innere Mensch macht, ist die, die der äußere Mensch auch machen wird, weil der äußere Mensch dem inneren Menschen hinterherläuft. Zeitversetzt. Darum ist diese Außenwelt zeitversetzt. Aber wenn ich jetzt den inneren Menschen die Erfahrung machen lasse, dass ihm gratuliert wird, schrägstrich, dass der Wunsch erfüllt ist, dann ist der Wunsch erfüllt. Und dann wird der äußere Mensch zeitversetzt die Erfahrung machen, dass der Wunsch erfüllt ist. Wie ich mich dabei jetzt fühle, auf welcher Frequenz ich unterwegs bin, was für Energie ich spüre, das ist doch völlig irrelevant. Es geht um eine faktische Erfahrung. Die Erfahrung, dass mir jemand gratuliert zur Wunscherfüllung. Der innere Mensch, der ein Wesen ist, so wie ich ein Wesen bin. Es ist nichts Schwammiges, nichts Schemenhaftes. Es sind nicht irgendwelche subtilen Energien. Es ist ein Wesen. Gott ist ein Wesen. Und dieses Wesen ist in dir. Und es hört dich. Es sieht dich. Es nimmt alles wahr. Und es weiß viel mehr als du. Und es weiß es schon, bevor du es weißt. Und es weiß schon, welchen Wunsch du haben wirst, bevor du ihn überhaupt hast. Warum? Weil dieses Wesen, Gott in dir, den Wunsch überhaupt erst zu dir schickt. Und wenn du dir dann überlegst, was würde auf die Wunscherfüllung passieren, wer gibt dir die Antwort? Gott in dir. Der innere Mensch in dir gibt dir die Antwort. Dein bester Freund, deine beste Freundin würde dir gratulieren. Das kommt vom inneren Menschen. Das heißt, wenn du es jetzt erfährst, dann musst du deinem schemenhaften, energetischen Bewusstsein nicht noch erklären, was diese Gratulation jetzt bedeutet. Nein, die Antwort kam ja von innen. Das heißt, es ist längst klar, bevor dir überhaupt klar wurde, dass das ein möglicher imaginativer Akt ist, wusste dein Bewusstsein, wusste Gott, wusste dieser innere Mensch es längst. Und das ist der riesengroße Unterschied zwischen diesen sehr schemenhaften, schwer verständlichen Techniken, die teilweise vermittelt werden, wo es heißt, du musst in guten Emotionen schwingen, du musst dies und das tun. Dahinter steht die Überzeugung und gleichzeitig die Entmächtigung deines Selbst, nämlich die Überzeugung, dass dein Bewusstsein etwas sehr skurriles, subtiles, schemenhaftes wäre und eben kein Wesen, welches hört, sieht, versteht. Vorstellung ist das Sehen mit dem Auge Gottes. In dem Moment, wo du imaginativ etwas siehst, siehst du mit dem Auge Gottes. Das ist eine faktische Erfahrung. In dem Moment, wo du etwas hörst, imaginativ, dein Freund, deine Freundin hörst, wie er oder sie dir zur Wunscherfüllung gratuliert, hörst du mit den Ohren Gottes. Das ist eine faktische Erfahrung. Und da musst du nichts noch hinzudichten, nicht irgendwelche Gefühle bewusst induzieren. Nein, das musst du nicht. Lass diese Überzeugung fallen. Gott, dein Bewusstsein, deine Vorstellungskraft, ist ein Wesen. Es ist der innere Mensch in dir. Also vergiss Emotionen beim Imaginieren. Die schwingen sowieso mit. Stell dir vor, du hast irgendetwas erreicht in deinem Leben, ein Ziel erreicht, was du dir lange vorgenommen hast und jetzt ruft dich jemand an, der davon weiß, jemand aus deinem Umfeld und gratuliert dir. Dann wirst du doch nicht sagen, stopp, stopp, stopp. Was fühle ich jetzt? Was fühle ich jetzt? Ich muss die Gefühle definieren. Das tut doch kein Mensch. Aber trotzdem, mit der Gratulation schwingen ganz automatisch Gefühle mit. Du bist stolz auf dich, dankbar, dass man an dich denkt. Ganz vieles passiert da in dir. Das definierst du aber nicht. Das benennst du nicht. Das schwingt einfach mit und du genießt es. Das, was du erfährst, die faktische Erfahrung, ist die Gratulation. Und so machst du es auch in deiner Vorstellung. Du machst eine faktische Erfahrung, die der innere Mensch macht. Und damit ist es getan. Also lass es so einfach sein. Lass es so klar sein. Lass dieses schwammige, schemenhafte einfach mal beiseite. Das braucht es nicht und das funktioniert nicht. Weil dahinter der Glaube steht, mein Bewusstsein ist irgendeine kleine, nicht sehr intelligente Kapazität, Fakultät in mir, der ich jetzt irgendetwas beibringen muss. Damit wirst du dich für immer selbst klein halten, für immer selbst entmächtigen. Wenn du dir klar machst, dass dir Gott, der Schöpfer dieses Universums, inne wohnt, als klares Wesen, welches dich hört, sieht, versteht, da musst du dir über solche Sachen nie wieder Gedanken machen. Dann kannst du die Wünsche, die zu dir hochkommen, annehmen, weil du weißt, es sind Erfahrungen, die Gott durch dich machen will. Kannst dich fragen, was würde auf die Wunscherfüllung folgen in dem Wissen, dass die Antwort, die dir jetzt kommt, von dem Wesen in dir, von Gott kommt, einem sehr intelligenten Wesen in dir und kannst dann diese faktische Erfahrung in deiner Vorstellung machen, indem du mit dem Auge Gottes siehst, mit den Ohren Gottes hörst oder sonst eine Sinneswahrnehmung imaginativ erfährst, die auf die Wunscherfüllung folgen würde. Und das ist eine faktische Erfahrung, mit der du den inneren Menschen, Gott in dir, in der Wunscherfüllung platzierst. Und dort, wo du den inneren Menschen platzierst, muss der äußere Mensch in dem, was wir Zukunft nennen, sein. Und das ist dann die Manifestation deines Wunsches. Und dass du dich dann gut fühlen wirst, ist ein automatisches Resultat und nichts, worüber du dir bewusst Gedanken machen musst. Das war es schon zu dem Video. Ich hoffe, dass es dir weiterhelfen konnte. Fragen, Anregungen dazu, wie immer, gerne unter das Video. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.